Jinder, meine Freunde, was geht ab? Wir haben hier sechs Becher vor uns. Ich spiele heute Bierpon gegen Tobi und wir kröllen uns hier weg. Aber man muss sagen, gleiche Abend, wie ich jetzt fahre. Wenn ihr einen Klamotten erkennen oder so. Ich würde sagen, Verlierer fängt an, aber das Video davor habt ihr eh schon gesehen. Also von daher, stell dir vor, so kommt oben alles auf dein T-Shirt. Direkt rein oder einfach auf Tobi? Direkt rein. Und Verlierer macht was? Hole in one. Weiß ich nicht, fällt uns vielleicht nur ein oder so. Ach, Mann. Ich fühle mich auch so schlecht, Digga. Oh nein. Let's go, richtig. Achso, der Verlierer muss immer einen Schluck trinken. Da ist nur Wasser drin. Da ist nur Wasser drin. Weil, ganz einfach, ihr seht hier zum Beispiel eine Wand. Könnte passieren, dass wenn wir diesen Scheiß hier trinken, wird man eine komplette Wand rückt. Genauso wie da. Also, bock mich. Jetzt einfach. Michael Jordan. Ich habe fast mit Brust rein einen Trick gemacht. Abfallert. Deswegen sitzt er noch weiter hinten. Ja, ja. Der verwirrt so ehrlich. Auseinander, glaube ich. Schöne. Was? Wichtig, wichtig. Ich bin... 2-0. 2-0. Wichtig und richtig. Aber ich habe... Jubeeeeen. Was habe ich vor dem Spiel gesagt? Ich nehme dich auseinander. Eminem. Ich nehme dich auseinander. Ach, Rotebeer, ach, Rotebeer. Romy, mit der Hand mit der Hand nieder! Ja! Oh, Leute. Darf er noch rauspusten eigentlich? Ja, nö. Verpiss dich mal mit dem rauspusten, Digga. Den denkst du immer. Ich habe zwei dicke Schlückes genommen, guck mal. Ja? Ja, gut. Drei. 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 Auge durch. Drei. 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 Ich fickne die Mutter. Ja, Mann. Jaaaaaaah. Drei. Das war Swish, Digga. Drei. Bolly. Drei. Ja, damit würde ich mal sagen... Tut mir leid. Ich schwöre auf alles. Du bist auf meinem Channel ähnlich. Er lässt mich nicht mal ausreden, Digga. Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Tobi ist der absolute Nemesis hier auf diesem Channel. Der fickt mich komplett. Schreibt mal jetzt wirklich, wenn ihr das Video zu mir geguckt habt, in die Kommentare, wo ich Tobi brechen kann. Ich hab mir den. Kicken. Den Kicken. Fußball. Ja, da bin ich dran. Aber doch noch Zeit. Wir haben zwar beide gespielt, Niko spielt noch eben nicht mehr, aber... Einmal noch. Wenn euch das Video gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da. Und wenn nicht, dann nicht.